Und Willkommen zurück zu Let's Play Glove Duty 2. In der letzten Woche haben wir hier Point to Hook eingenommen und wollen doch jetzt mal gucken wie es weiter geht. In diesem Punkt war es wirklich etwas richtiger. Bombed to Hook. Overgast. 72 Grad Fahrenheit. Things have settled down since they're into the state. Not in a film but a thought we lost a lot of men to jump. Snipers hidden in a high place like George Jebus. We got here so our new and unofficial rule is to blast any toll structures inside. Dallune wants a thought to check out the village in the north of here so that's where we are headed next. Aha. Ehh, ich guck für einen Korn. Ich guck für einen Korn. Ich guck für einen Korn. Und wo ist denn? Ich guck für einen Korn, ebenso, wie wir in die Lage gehen. Wir müssen jetzt die G-Nets aufschalten. Ich hab einen Korn. Ich guck für einen Korn auf uns, damit wir inmentsprechend gehen können. Ich guck mir das Korn. Du wirst. Ja, wo ist der Korn? arrere, oh, schon gemacht. Okay, also wir müssen uns jetzt die G-Nets umschalten. Wenn wir umschalten, sehen wir umschalten? Schalten? Ne? Nein. Also, wo ist's denn? Okay. We shall go. Okay. Alright. Okay. Also, dass wir jetzt die G-Nets umschalten. ... Oh man, gehts wieder auf Grund hier... Das läuft hier mit einem Krems, da ist ein Minenpress. Dumpster Hacks, so! Die Stompsumhaush bei der Putsch musst du noch nicht stellen. Ich hatte auch irgendwie 30 Frames zu erheben und habe schon 23 Frames zu erheben. Ich weiß nicht, ob mein Fett nicht so voll ist. Was ist denn? Was ist denn? Das ist irgendwie 50 Frames zu erheben. Eine. Eine. Ich weiß nicht, ob ich gut bin. Vielleicht soll ich sie hier einfach zustehen lassen. Ah, geht nicht. Das ist 10 Frames. Das ist schon mal 98. Die Endung 90. Ey. Scheiße, Mann. Im Wachhafen habe ich gerade 100 Blinde in den Frames. Was? Wo auch immer. Aber wisst ihr, die einen am anderen sind schon hier? Da muss ich auch noch heiter werden. Da muss ich auch noch ein bisschen wegziehen. Da muss ich auch noch ein bisschen wegziehen. Da muss ich auch noch ein bisschen wegziehen. Okay, um sicher. Wieso geht bei uns keiner nach oben? So. Mutiger. 50 Frames. 50 Frames. Kommt ja eine 50 Frames. Okay. Scheiße. Granate. Krasse Granate. Okay. Auf geht's her. Oh, das passt doch einfach. Boah, das war dann wieder mal eigentlich am Anfang an. Oh, okay. Wir werden ganz gut. Oh, das war's. ich habe schon mit dem gesehen auch die bessere fans als die als die bei die hier so die Ja, da ist jemand Ha, ich hab's getroffen Oh, truhe doch, geil Alter, geht's noch Gott, da verpiss dich Sturmangriff Was ist das? Lernst du da? So So, wenn hier so mal über Nacht Ich bin über Nacht rein Hey So, sicher Nachbar aus Schon jetzt hier Was jetzt laufen, äh, MP4 Position die du findest Hast du das jetzt sehr? So, schlafen So, schlafen Aha Ja, ich bin sicher Ich bin sicher Ich bin sicher, ich bin sicher, aber weniger Ich bin sicher So, entfernen So So Zweifel die Ding noch so Da, Mann, ich schaffe mir so lange Dann haben wir wieder Interessante Brems, wo immer was los war, keine Ahnung Ich weiß nicht Okay Scheune Scheune Oh Kanata Scheiße 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 Okay Let's Das ist Dieses Kratos oder auch immer Es ist Ich bin nachher noch drauf War Nee da Ich glaube zum Moment mal bei der Endung zu auf sich Au Die Nachschauen ist super geil Ich bin nachher Ich bin nachher Ich bin nachher Weil genau hier Die Eingang findet sich die Treppe Und da stehen sie nicht ganz gerne Das Seht ihr hier Das Haus ist immer am schlimmsten Vor allem auf der Tehran Ich schieße mir ganz gerne ein paar Granaten Ich weiß nicht, dass er auf der Deck nicht lockt ist. Freddy, du hast es. Ja gut, Sarge. und schaue für ein enemy counterattack. Everyone else, take up positions around the perimeter and stay sharp. Aufgemacht Sarge. Es gibt ein Sniper-Action. Man kracht nur auf dem Weg. Sobald nicht mehr Schuss haben. Man darf nur unsere Teams aufschalten. Das ist ein Kuss. Ich habe einen Schloss. Oh, das ist ein Kuss. Ich habe einen Kuss, weil sonst man nicht mehr auf meine Einschweine braucht. Und die nächste Schuss, wir sind einfach nicht mehr auf dem Schatten. Ja, natürlich noch ein bestes Snipe 2 Snipe waren 5 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 6 6 9 5 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 6 5 6 6 6 7 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5 5 5 6 7 7 8